Die Amantie, Schwerti, Schwerti macht sieben Angriffsschaden plus ein bisschen Schärfe und so. Bogen macht gar keinen Angriffsschaden. Bogen nutzt doch. So, dann machen wir's. Bogen macht's los. Weg dein Bogen. Karotten. Ich will hier das Weizen und dafür schmeiß ich weg die fünf Fäden. Ich packe meinen Kopf aus und weil der schon vo Twitter reinschmeiß ich weg. Und jetzt schmeiß ich so ein halber... Nee, nee, jetzt schmeiß ich so ein... Ne, so ein Dreigloßungsstaub für Kartoffeln. Oh, ich hab's gedreckt getotet, Alter. Na, wer will noch mal. Wer hat noch nicht? Weizen. Alter, weißt du jetzt wie scheiße das wäre, wenn ich hier sterben würde... Ich will so einen Mod, hier. Ich wüsste nicht, wo das war. So, das sind zwei. Fahrt euch! Ich hab keine Ahnung, wo das hier wär. Alter, das ist mir raus mit B. So, und dann muss ich da noch... Ah, alles von dem Bild schon macht die kaputt. Alter! Ich wollte gerade sagen. Jetzt muss man hier das ganze Gras wegmachen. Okay, dann gehen wir erst die Kühe fahren und dann das Gras wegmachen. Ich hab so viele Kartoffeln, ich hab schon wieder einstecken. Ich kann Dörfen hier gar nicht, ich kann gar nicht mehr aufstehen. Oh, Entschuldigung. Voll nice, wie viele Dörfer wir hier finden. Das wird ein Dorf. Hab ich schon gesagt, dass der Flory hier bei mir jetzt mal ist? Nein. Okay, auf jeden Fall ist der Flory jetzt gerade hier. Doch, Flory. Ich hab grad noch wieder ein Dorf gefunden. Über eine Schmiede war nur ein Altsheim. Und so dort. Und da steht ein Zombie im kompletter Kettenkosten. Wer ist denn der Bewacher, den Zombie? Der hat sich für den Gang. Die Zombie schifiziert sich in viele beschissenen Windschlag. Für mich leicht beleidigt. Los! Boah, ich dachte schon, ich sterbe. Ich hab ja keine Rüstung gemacht. Ich bin gerade zuhause dabei. Ich kann den Eisenhelm geben, wenn ich zurück bin. Ich komme jetzt mal zurück. Ähm. 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 Sorry. Ich hab mir was. Ich hab die Esel. Nee, fern. Was auch immer. Jawohl. Jawohl. Ich hab die Kinder, ich wein. Das wollte ich doch, ihr kleinen Spackkos, ey. Warum habt ihr so meine Esel gebraucht? Ein Esel, jawohl, dann kann ich so viel mitnehmen. Hey, Kollege. Tobi, ich bin gerade voll happy. die 2 auch und gar nicht aber ich bin so geil weil ich da muss auch noch was ich weiß gar nicht wie das so Prozent oben links und dreieckseln und dann ja aber ich habe einen ganzen Stecken in der Zeit Ja, dann komm mal, äh, ja, ich komm ganz bestimmt zu dir, nein. Ja, dann kannst du hier so ein Esel, ja, der Esel gehört schon mal mir, zack, jetzt kommt hier so ein Sattel und jetzt mach ich dir eine Kiste dran. Dann können wir natürlich hier den ganzen Scheiß transportieren zu überlegen. Wo ist denn die Schmiede, da war eine schöne Kiste drin. Also wir teilen uns den Esel, also einen Esel will ich sowieso nicht als Reizier. Den können wir nur mal mit zu aufruhen, Expedition. Boah, ich brauche 90 Idiots, dann nimm mal das schon weg. Nein, ich will keine Sitzling, ich will die Kiste genau. Naturschutzraum, du musst sterben. Oh, wie geil, Junge, da bist du mein Esel, hier, jetzt kriegst du eine geile Kiste dran. Und jetzt kriegst du hier alles reingeladen. So, damit der Torb geht. Ja, Junge, der muss transportieren, das ist... So, und jetzt reiten wir nach Hause. Nee, jetzt nehmen wir noch Kartoffeln mit. Also, mein Gott. Ach ja, stimmt. Ich bin gerade auch dabei, unsere Aufnahmen hier zu verfolgen. Und wir müssen immer wieder lachen, wenn ich so erste Battlefront-Aufnahme sehe und so. Müsst ihr euch mal reinziehen. Richtig Hammer. Tobe, willst du auch? Geilste Tonqualität, alles. Tobe, wenn du auch den Esel willst, dann sag ich dir die Koordinaten. Aber wir teilen uns den Eich, komm zurück. Ich habe doch keinen Satz. Okay, dann sonst ist das. Ich könnte den mit dem Lassen ziehen, aber... Oh, wie springen hast du nicht, wird jetzt am liebsten Toggle Dorn voll? Ja, man darfst, man bitte mal bei mir leckst gerade bis dahin. Doch, bei Relektionen, das ist das Toggle Dorn. So, Toggle, bei mir leckt es übelst. Boah, Junge, ist mir scheißegal. Nein, das geht doch nicht anders. Jetzt kannst du nicht bei jedem scheiß cheaten. Junge, bei mir leckt es übelst. Ich cheate doch nicht bei jedem scheiß. Nein. Da war doch keine Scheiße. Junge, mach den bitte aus, Tobi. Das lohnt sich nicht. Tobi, es leckt bei mir. Ja, dann können wir die Aufnahme abbrechen, man. Das leckt. Das ist keine Qualität. Ich kann mich nicht bewegen. Wahrscheinlich hat den 60 FPS und wollte deswegen... Nein, ich schwöre jetzt... So, jetzt rennt der Esel langsam wieder. Da sind Pferde. Da sind Pferde. Da sind richtige Pferde. What the fuck? Oh, schade, ob du deinen Sattelverbrauch hast. Nein, ich bräuchte dann so lasse, aber ich hab kein Slimeball. Tja, schade aber auch, ne? Soll ich den Koordinaten sagen? Dann nimmst du Seile und Schleim sie mit und dann können wir richtig viele Esel. Also dann können wir jeder... Dann haben wir ein Esel und jeder und zwei Pferde und noch ein Pferd zum Überfluss. Also, wir können jeder auf einen Pferd reiten und eins noch... Ja, ich bin da dabei die Krüperlöche auszubessern, die Dünya nie ausbessern. Das war sehr hart. Ja, ich hab' so, wenn ich komm' ja auch erst... ...nach die mich jetzt... ...und der Esel eigentlich auch. ...dann nehme ich auf jeden Fall... ...eins mit dem Lasten hier noch mit. Aber Traum, nimm bitte immer einen Steck Erde, ja. Ich habe bei den alten Aufnahmen geguckt. Hier sind mindestens fünf Pferde. ich auch noch so wieder machen dass so der nächste dann haben wir schon was ich ruhig dann haben die Erkennung von mir dann nehmen wir ein das schon mal ein Esel und ein Pferd wer ja wie es gut das ist ein Schatten nein das ist das gehört uns beiden den Esel nehmen zum Transport und ein Geist das Pferd zum Reiten so ich merke die Koordinaten es ist ich verstehe er hat unsere Landschaft in dem ich hier die Höhlen eingegangen als das Verfolgern ach so und wenn es das überhaupt nicht gefallen hat das der Tonnen Regen geringstert dann 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 zu erhält sich die noch Facebook und was weiß ich was auch folgt ihm war ich die nun alles ja verfolgt mich nein nicht mein Pferd angreifen oh ok nein der greift mich an ok dumm ist viel du kannst mich nicht auf dem Pferd holen auf dem Esel meine ich zack tot bist du minus 1635 so dann reitet Torben mal eben schnell nach Hause ich hab mich die alten Aufnahmen geguckt ne ich erstmal so die ganze Zeit auf ist vorliegen weil der Tor an der Gäste und Tobi ich bin der Bullshit über das Prozent der Möbel bin ich erlaubt er war sie gehalten also er hat er hat so gesagt die Koordinatoren dann immer nur fünf ein sein ständig die Strafe dafür dass sie den Scheiß offen gelassen hat Warte ich sagte die direkt vom Hausdienst und das ist mir sowas von egal zu kommen die Gegend ich bin am Meer Prozent 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 2.000 und 75 ja ja das ist es ist egal ob ich es jetzt sagen muss 2.000 minus 1.100 und höher ist 75 gewesen ja das interessiert dich nicht Leute reite Esel Esel du bist mir zu langsam du bist ein Esel theoretisch kann ich auf den Esel da lassen und zwei Pferde mitnehmen du hast noch eine bessere Idee du hast voll drauf was hat der Idiot jetzt gesagt nein ich lass den Esel schon da und nimm dann noch zwei Pferde mit nimm den Inhalt auf Deckliste äh von dem Esel Leute ich kann es sind die ich dachte es wird behoben dass ich durch die Bäume reiten kann ohne Schaden zu kriegen das ist voll der gute Bank ja natürlich mache ich das der Tornmaterial hat alles aufgesprengt das stimmt nicht ich habe schon ewig kein Kühe explodieren lassen das vor allem kommen in paar 8 oder 57 noch oder 6 und so erlaubt ja das heißt ja das war auch noch gesagt das so weh ich bin der Vollscheiße dass die Prozent das dann immer weniger erde droppt als da ja aber du ich bin an dem Bogen ja wohl ich komme zurück nach Hause schade schade hier komme ich nicht nach keine Ahnung wer ist der ist auf dem Boden da ist das alte Dorf ok ach du bist da am summt ja genau da kommt von wegen weit weg ich war richtig weit weg überlegt mal ich reite die ganze Zeit auf dem Esel so auf dem Esel ok sorry dann habe ich nicht gesagt ich dachte es wäre es gelacht ich war bei über ja der ist etwas ich war bei über 3000 irgendwas mit der X-Koordinate also ich war ein Stückchen weg so aber jetzt bin ich wieder da und wir haben einen kleinen Donkey der für uns Sachen transportiert ja das ist das ist mein Name für ihn Donkey ja ah unser Haus ich hätte die ganzen Stecks Erde verpulver haben so dann bringe ich uns beiden noch ein Pferd mit und wenn wir dann auch noch einen Sattel haben dann können wir auch beide auf Pferd auf Pferd können wir beide auf Pferd die Frage ist wo stellen wir den Esel hin ich stelle den erstmals aus ja ok und dann machte ich dann machte ich mir ein Lasso dann gehe ich mit dem Sattel zurück Sperren in deinem Zimmer ja ja dann ähm nein 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 oder auch im Beitrag von aber Tobi der gehört nicht mehr der gehört uns beiden der springt immer mal drüber ich muss ihn reinstellen ja da ist in deinem Zimmer eine Druckplatte äh ja ich stelle ich sollte nicht einfach unten ins Haus stellen da sind zwei Druckplatten ja das stimmt nein die entfernt der Torben nicht mach ich auch nicht die Frischste Aua Esel du machst mir damage der Kontinente was ich hab mal wieder beobachten Tobi der Esel kommt die Treppe nicht hoch Tobi der Esel kommt die Treppe nicht hoch Tobi sagt Kackbaum hier ne ne ähm Dämmich abverteuren so nach einer Nachmittags zu bestellen Aua Dämmich den abholzen ja ich soll dich sagen was ich mache Dämmich diesen komischen Wasserbackbaum abholzen ja kannst du und das ist die Läden und so ich den Esel ist ein Schuh gegen die Stellen er soll ich das war stellen wir auf und erledigen auf dem Berg und so ein ein Warte noch einmal ein Bollinger Schilling schießt sie nicht das gefreutige Einzelnen schießt sie nicht mit Bogen ab um denn das ist der Schatz aufgrund aber ich bin von 9 der Karte nachher in der Esel zu tun umstehen zu bleiben in der Nähe weiter das ist das das ist doch die Entfernung ich bin ein sehr das ist ja das ist das stimmt das ist der Format der Kapitel und sie sind dafür schon was heißen also du bist so besonnen auch im Nahkampf von der nicht gut im Nahkampf so dass sich das Ziel nicht die Akzeptanz als auch das ist und wenn ich dabei springen ja jetzt ist es auch mehr Kalypso hier noch so geht es oder mal eben hast du alles ja auch einen Kissen haben müssen eigentlich noch welche sollen also die es hat noch vorliegt Jaja die hol ich gleich ab wenn du keinen Platz mehr hast aber nur wenn du keinen Platz mehr hast ich hab alles mitgekommen so richtig geil dann hol ich uns jetzt bei noch entfernen wenn wir da noch ein Sattel will dann haben wir beide ein Form wurde abgefüllt